Ich engagiere mich für die Wormsar Jusos. Denn Politik braucht junge Leute, ob in den Stadtteilen oder in der Stadt. Oder auf Landesebene. Bei uns werden junge Leute eingebunden. Und weil wir unsere politischen Ziele nur mit euch durchsetzen können. Ich engagiere mich bei den Wormsar Jusos, weil nur durch gute und kostenfreie Bildung Chancengleichheit erreichen werden kann. Weil wir uns über die Zukunft unserer Stadt Gedanken machen. Weil wir mittendrin sind und zu dem stehen, was wir sagen. Ich engagiere mich für Kinder und für Jugendliche und für die Sozialdemokratie. Weil es für junge Menschen Kunst und Kultur geben soll. Und weil wir Vertrauen in die Menschen in unserer Stadt haben. Mach bei uns mit und bringe dich rein. Gehe auf www.jusos-worms.de und in Kontakt mit uns drauf. Wir freuen uns auf dich.